So, hallo! Heute in diesem Video soll es gehen um Substitutionen und Unifikationen. Das ist ein Thema, was uns auch im nächsten Video noch beschäftigen wird und was uns insgesamt in Richtung Resolution fühlt. Sie erinnern sich, wir wollten gerne Algorithmen finden, mit denen man in der Prädikatenlogik logische Schlüssel berechnen kann. Und das, was wir heute machen, geht schon in diese Richtung, bereitet das vor und beim nächsten Video gibt es dann auch schon die ersten Algorithmen, die man in dieser Richtung anwenden kann. Willkommen also zurück zu den Vorlesungen Theoretische Informatik und Logik. Mein Name ist Markus Krötzsch und dies ist ein Online-Kurs der TU Dresden. Resolution, ja, Sie haben von Resolution schon mal gehört, nämlich in der Aussagenlogik und in der Prädikatenlogik wird das ganz ähnlich ablaufen. Die allgemeine Idee der aussagenlogischen Resolution war ja, die Verkettung von Implikationen als eine Art Regel des logischen Schließens zu verwenden. Was ich Ihnen hier aufschreibe, wie soll man das lesen, da gibt es eine Oberseite mit zwei Vorbedingungen, eine auf der linken und eine auf der rechten Seite und es gibt einen Teil unter dem Strich, das soll die Konklusion sein durch Anwendung dieser Regel. So schreibt man in der Logik oft Ableitungsregeln, logische Kalküle mit so einem Strich. In der Beweistheorie wird das auch oft verwendet, deshalb schreibe ich das hier so. Außerdem ganz wichtig ist hier, dass zwar sechs verschiedene Dinge zu sehen sind, aber es nur um drei verschiedene Aussagen geht. Ich habe nur jede davon auf zwei verschiedene Arten dargestellt. Einmal hier in dunkler Farbe als Implikation und einmal nochmal im gleichen Grau als Klauselform. Sie wissen ja, eine Klausel ist eine Disjunktion von Literalen und zum Beispiel nicht A oder B ist das gleiche wie A impliziert B. Wir haben die Resolution stets angewendet als ein Kalkül auf solchen Klauseln. Das ist auch sinnvoll, denn dadurch wird es nochmal einfacher. Wir sehen hier, die Klausel hat nicht A und B, die andere Klausel hat nicht B und C und wenn wir so eine Situation finden, dann streichen wir einfach die komplementären Literale B und nicht B und kombinieren den Rest in eine neue Klausel. Also das Nicht-A und das C rutschen zusammen. Aber wenn man die Implikationen sich ansieht, dann versteht man auch, warum so eine Regel erlaubt ist. Denn das erste würde ja bedeuten A impliziert B, das zweite das B C impliziert und was wir daraus schließen, ist dann das A C impliziert. Also die Verkettung der Implikationen, so wie es hier steht. Gut, das ist also die Grundidee der Resolution in der Aussagenlogik gewesen und das gleiche ist das, was wir auch in der Prädikatenlogik tun wollen. Und tatsächlich sieht man, dass auch in der Prädikatenlogik dies ein gültiger Schluss ist. Wenn ich zum Beispiel solche prädikatenlogischen Formeln habe hier, wir wissen, wir können Propositionen der Aussagenlogik auch prädikatenlogisch darstellen als nullstellige Prädikate. Aber dieser Schluss funktioniert auch mit höheren Stelligkeiten, zum Beispiel einstelligen Prädikaten. Wenn ich also da stehen hätte, für alle x gilt A von x impliziert B von x und für alle x gilt außerdem B von x impliziert C von x, dann kann ich Schlussfolgernd für alle x gilt A von x impliziert C von x. Und das können wir tatsächlich auch in prädikatenlogischen Klauseln abbilden. Sie erinnern sich, wir hatten die Klauselform zuletzt schon entwickelt und dafür Skolimisierung verwendet, um die Existenzquantoren zu entfernen. Aber die Allquantoren bleiben und werden einfach nicht mehr geschrieben. Also das heißt, wenn hier eine Variable wie x zum Beispiel auftaucht in der Klausel, dann ist das immer implizit allquantifiziert. Und wir sehen also, das Schema sieht eigentlich ganz genauso aus wie zuvor. Wir haben B von x und wir haben nicht B von x und wir kombinieren diese beiden Literale und löschen sie und behalten den Rest. Und damit haben wir auch einen Schluss gezogen. So, das heißt also, die Grundidee ist schon mal übertragbar. Aber es stellt sich heraus, ganz so einfach ist es jetzt doch nicht. In der Prädikatenlogik gibt es natürlich noch ein paar Kniffe, die in der Aussagenlogik so nicht auftauchen. Wenn Sie sich das Beispiel hier mal anschauen, sehen Sie auch, was ich meine. Es gibt nämlich natürlich Terme und die Terme können eben nicht nur allquantifizierte Variablen sein, wie gerade gesehen, sondern es könnten auch Konstanten auftreten. Also, das hier ist ein klassischer Schluss, den die alten Griechen schon erwähnt haben. Für alle x gilt, Mensch x impliziert sterblich x. Alle Menschen sind sterblich. Außerdem ist Sokrates ein Mensch. Also ist Sokrates sterblich. Und wir sehen, wenn wir das betrachten, dass die Klauseln, die wir hier als Vorbedingungen verwenden würden, diese hier sind, nämlich nicht Mensch x, sterblich x und die Klausel mit Mensch Sokrates. Aber gleichzeitig sehen wir, dass das eben nicht genau diese Form hat, die wir eben gerade gesehen haben. Wir haben zwar negierte und nicht negierte Formen von Atomen mit Mensch, aber die beiden sind nicht genau gleich. Hier steht ein x, hier steht Sokrates. Das heißt, die Frage, die man stellen muss, ist, wie kann man Resolution über unterschiedliche Atome, eben Mensch x und Sokrates, durchführen? Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen am Ende sterblich übrig behalten. Also dieser Teil soll übrig bleiben. Die beiden Literale, die hier komplementär existieren, die sollen sich irgendwie auslöschen. Aber sie sind eben noch nicht gleich. Wir müssen sie gleich machen, unifizieren. Das wird die Lösung sein. Warum das erlaubt ist, ist eigentlich leicht zu sehen, denn die Variable x ist ja universell quantifiziert, so wie alle Variablen in Klauselform. Und das bedeutet letztlich, dass sie für beliebige Elemente stehen kann. Da steht also implizit für alle x gilt, was ich hier oben geschrieben habe. Hier unten ist es implizit. Das heißt, insbesondere kann das x auch für Sokrates stehen. Und das ist auch etwas, was logisch eindeutig zu erkennen ist. Die Formel für alle x, Mensch, x impliziert sterblich x, hat als logische Konsequenz auch die Formel Mensch, Sokrates impliziert sterblich Sokrates. Also wenn es für alle x gilt, dann gilt es insbesondere auch für Sokrates. Und das hier wieder als graue Version in Form von Klauseln aufgeschrieben. Und wir sehen schon die Klausel hier auf der rechten Seite. Das ist natürlich die, die wir hier gebrauchen können. Statt dieser hier mit x würden wir lieber so eine Instanz verwenden, eine Klausel, bei der wir das x durch etwas Konkretes ersetzt haben, weil dann steht hier nicht Mensch, Sokrates und die andere Klausel war ja Mensch, Sokrates. Das heißt, wir haben wieder zweimal das Gleiche, nur negiert. Und dann können wir sterblich Sokrates als Ableitung bekommen, so wie es gewünscht ist. Okay, also Gleichmachen ist die Technik, die wir irgendwie entwickeln müssen hier. Was aber passiert, wenn wir zum Beispiel Funktionen haben? Ja, Funktionen hatten wir beim letzten Mal erklärt. Braucht man nicht unbedingt in der Prädikatenlogik. Man kann Dinge auch ohne sie ausdrücken. Aber für die Entfernung von Existenzquantoren sind sie sehr bequem, weil wir dann nur noch eine Art von Quantoren haben und damit so eine Klauselform bilden können, wo alle Variablen, die überhaupt noch auftauchen, universell quantifizierte Variablen sind. Das heißt, wir haben jetzt Funktionssymbole und man kann sich jetzt überlegen, wie die arbeiten würden. Also hier oben ist mal ein Beispiel mit Existenzquantor, wo ein sinnvoller, hoffentlich für sie sinnvoller Schluss gezogen wird. Ich habe einerseits die Information, für alle x gilt, wenn x ein Mensch ist, dann hat x einen Vater. Die zweite Information sagt mir, dass für alle z und v gilt, hat Vater z v ist das Gleiche oder impliziert hat Kind v z. Das ist natürlich nicht das Gleiche, könnte ja auch die Mutter sein, da wird es auch gelten. Und das heißt, wir können daraus Schlussfolgerungen, alle Menschen sind jemandens Kind. Also für alle Menschen x gibt es ein y, sodass hat Kind y, x gilt. Ja, das müsste sich daraus ableiten lassen. Wenn ich das jetzt aber in Klauselform bringe, dann erhalte ich eben diese Scholem-Funktion hier. Jeder Mensch hat einen Vater, Vater von f von x, passt sogar, Vater vielleicht, f von x. Ist natürlich irgendeine Scholem-Funktion, muss keine besondere Funktion sein, darf nur nirgends sonst vorkommen. Das ist wichtig, wenn wir Existenzquantoren ersetzen. Und sie ist einstellig, weil sie im Wirkungsbereich eines Allquantors auftaucht, also für diesen allquantifizierten x. Das heißt also, das muss ein Argument werden für die Funktion. Okay, und die zweite Klausel, da müssen wir nichts skolamisieren. Die kann man einfach in Klauselform so schreiben. Und jetzt würden wir gerne dieses Ergebnis dann damit ableiten. Ja, auch hier habe ich den Existenzquantor wieder entfernt. Aber ich benutze hier mal schon dasselbe f, weil natürlich die Idee schon irgendwie ist, dass dieses Individuum hier, von dem wir wissen, dass es existiert, der Vater, dass der uns das Individuum liefert, dessen Kind der Mensch sein muss. Das ist das, was wir hier rausschließen können aus diesen beiden Informationen. Die Frage also ist, passen hat Vater x f von x, die hier oben, das hier oben steht, und nicht hat Vater z, v, was hier unten steht, irgendwie zusammen. Also wir müssten die irgendwie gleich machen. Und das ist ein bisschen komplizierter, als einfach nur x durch Sokrates zu ersetzen, wie auf der vorigen Folie. Aber es funktioniert auch. Die passen zusammen, nämlich wenn wir mehrere Dinge ersetzen. Zum einen ersetzen wir das z durch das x, das sieht man hier, steht ein z an erster Stelle, hier ein x, und das v dann durch f von x. Und das müssen wir natürlich nicht nur in Hart-Vater machen, sondern auch im restlichen Teil der Klausel. Also das heißt hier in dieser Hart-Kind-Aussage wird auch v durch f von x ersetzt und z durch x. Und das entspricht natürlich genau diesem logischen Schluss, der hier steht. Wenn diese Aussage für alle z und alle v gilt, dann gilt sie auch für alle x. Das ist einfach nur eine Umbenennung des z sozusagen. Und für f von x als ein spezifisches Element, was abhängt von x, aber sicherlich in der Gesamtheit aller Elemente v, für die diese Aussage gelten muss, auch enthalten ist. Also das heißt, es ist wieder eine Spezialisierung. Wir haben etwas Allgemeines genommen und durch etwas Spezielleres ersetzt. Okay, das heißt, solche Schritte kommen immer wieder vor, wenn wir irgendetwas resolvieren wollen in der Prädikatenlogik, wenn wir da passende Literale, negierte und nicht-legierte Literale finden wollen, dann müssen wir immer wieder Variablen ersetzen, damit zwei fast passende Literale dann auch wirklich gleich sind. Gut, das lässt sich also jetzt zusammenfassen. Für die Anwendung von Resolution benötigt man jeweils zwei gleiche Atome, einmal negiert und einmal nicht negiert. Also zwei komplementäre Literale, könnte ich sagen. Und das erreichen wir in der Prädikatenlogik durch zwei Methoden. Zum einen ersetzen wir die Variablen, die immer universell quantifiziert sind, in diesem Fall durch andere Terme. Das nennt man Substitution, Ersetzung. Und das tun wir mit dem Ziel, dass die Terme und damit auch letztlich die Atome, die wir betrachten, gleich werden. Und dieses Gleichmachen, das nennt man Unifikation. Also das heißt, durch Ersetzung, Gleichmachen ist Unifikation. Und diese beiden Dinge wollen wir eben in diesem Video und auch im nächsten noch ein bisschen genauer anschauen und dann auch nutzen für die Resolution. Okay, was ist also so eine Substitution? Das kann man jetzt formal gut definieren. Eine Substitution ist eigentlich nur eine Funktion, die Variablen auf andere Terme abbildet. Da wir aber immer nur endlich viele Variablen haben in einer endlichen Formel, können wir das als eine endliche Menge aufschreiben, die wir so notieren hier, wie in der Mathematik auch Abbildungen notiert werden. Also x1 geht nach t1, x2 geht nach t2 und so weiter, bis xn geht nach tn. Also es ist eine solche Abbildung. Und dabei sollen die x natürlich paarweise verschiedene Variablen sein. Das ist die Domäne der Substitution. Das ist der Definitionsbereich, auf dem diese Funktion definiert ist. Und jede dieser Variablen wird also auf irgendeinen Term abgebildet. Das kann wieder eine Variable sein. Das kann auch wieder eine von diesen Variablen sein. Es kann auch sein, dass alle auf den gleichen Term abgebildet werden. Da haben wir keine Anforderungen. So eine Substitution anzuwenden auf irgendeinen Ausdruck, also auf eine Formel oder auch nur auf einen anderen Term, den ich hier mal als a bezeichne, diesen Ausdruck, führt zu einem neuen Ausdruck. Und den schreiben wir oft so, dass wir zunächst den Ausdruck schreiben und gleich dahinter die Substitution. Also das ist so zu lesen, Ausdruck mit Substitution darauf angewendet oder mit dieser Substitution darauf angewendet. Und das ist der Ausdruck, der aus a entsteht, wenn man jedes freie Vorkommen einer Variablen xi in a simultan durch ti ersetzt. Und was das genau bedeutet, wie das ist mit dem Freien und was hier simultan bedeutet, dafür habe ich gleich noch ein Beispiel. Okay. Das heißt, die Anwendung der Substitution ist einfach nur, wir ersetzen die Variablen durch die entsprechenden Terme. Ganz einfach. Eine Formel beziehungsweise ein Term, der die Form hat, Ausdruck mit Substitution darauf angewendet, das heißt also, der letztlich durch Anwendung einer Substitution Sigma auf a entsteht, wird auch Instanz von a genannt, Instanz von a unter Sigma, wenn man es genau ausdrücken will. Also eine Formel mit Variablen kann viele Instanzen haben, die dann entsprechend unterschiedlich aussehen, die diese Formel oder diesen Ausdruck allgemein spezialisieren, konkreter machen, also auf bestimmte Werte anwenden, anstatt so allgemein zu lassen, wie er ist. Durch Ersetzung kann man einen Term immer nur spezieller machen, ist klar. Also die, im besten Fall kann die Allgemeinheit der Aussage gleich bleiben, wenn man Variablen wieder durch Variablen ersetzt, wenn man aber Variablen durch irgendetwas Spezifisches ersetzt oder mehrere Variablen gleich macht, dann hat man immer etwas Spezielleres als vorher. Okay, das sind also Substitutionen und ihre Anwendung, einfach nur Funktionen, Ersetzungsfunktionen, die man auf Syntax anwenden darf. Hier sind nochmal zwei Beispiele, die nochmal illustrieren sollen, was ich mit Simultan und was ich mit Freie meine. Das erste erklärt im Prinzip Simultan. Was Sie hier haben, ist ein Atom PXYZ und eine Substitution, die sagt, X geht nach F von Y und Y geht nach A. Wenn wir das jetzt anwenden, simultan, dann bedeutet das, wir ersetzen gleichzeitig alle freien Vorkommen von X, also dieses, durch F von Y und alle freien Vorkommen von Y, also dieses, durch A. Und erhalten also P, F von Y, A, Z. Wir erhalten nicht P, F von A, A, Z. Ja, also wir ersetzen das Y, was hier eingesetzt wird, nicht im gleichen Schritt nochmal durch A, sondern wir führen eben diese Ersetzungen simultan durch, gleichzeitig durch, sodass also in dem Moment, wo das Y hier erscheint, das andere auch schon angewendet wurde. Es ist nicht so, dass wir erst das Erste und dann das Zweite anwenden und damit nochmal was verändern würden, was im Ersten eingeführt wird. Okay, also simultan soll das bedeuten. Die zweite Form, das zweite Beispiel illustriert, was ich mit Ersetzen von freien Vorkommen meine. Hier haben wir eine Formel, die lautet Q von X, Y impliziert für alle X, R von X, Y. Und Sie sehen schon, das ist keine bereinigte Formel. Hier kommt X und Y frei vor und dann wird X gebunden und kommt hier nochmal gebunden vor und hier Y weiterhin frei. und ich ersetze jetzt X durch Z und Y durch F von X und auch hier wieder simultan, ist klar. Also das X hier hinten wird nicht nochmal durch Z ersetzt. Und was ich erhalte ist Q von Z, F von X mit den Ersetzungen, wie erwartet und das impliziert für alle X R von X, F von X. Das heißt, das X, was hier an dieser Stelle gebunden vorkam, ist weiterhin so geblieben, wie es war. Das wurde nicht durch Z ersetzt, weil es eben kein freies Vorkommen war. Also das heißt eben nicht Z. Sie sehen aber auch, trotz dieser Tatsache ist das ein bisschen eine seltsame Substitution, weil wir natürlich hier F von X in einen Bereich einsetzen, wo das X plötzlich gebunden vorkommt. Also so wollen wir wahrscheinlich auch in den meisten Fällen nicht arbeiten. Ja, also Substitutionen sind syntaktische Operationen und natürlich kann es sein bei so einer Ersetzung, dass die Formel ganz andere Bedeutung hat am Ende, aber wir werden Substitutionen immer in Fällen anwenden, in denen die Bedeutung eben wirklich nur spezialisiert wird und nicht irgendwelche neuen Bindungen von Quantoren entstehen. Überhaupt werden wir Substitutionen eigentlich nur anwenden in Fällen, in denen es um Klauseln geht und wir gehen davon aus, dass alle Vorkommen von Variablen in Klauseln frei sind, obwohl wir wissen, das stimmt eigentlich gar nicht ganz, ja, ich hatte ja gesagt, implizit ist in der Klauselform jede Variable universezell quantifiziert, wir ersetzen sie trotzdem. Oder vielleicht sollten wir sagen, gerade das steht ja für alles. Aber allgemein in der Logik, wenn ich so eine Substitution als syntaktische Operation auf Formeln definiere, dann lasse ich die gebundenen Vorkommen, wie sie sind. Okay, wird uns aber eben selten betreffen, weil bei uns keine Quantoren stehen, wenn wir Substitutionen verwenden. Okay, was kann man jetzt noch machen mit den Substitutionen? Substitutionen, ein paar ganz einfache Dinge lassen sich damit tun. Insbesondere sind es ja so eine Art Funktionen, Abbildungsfunktionen, Ersetzungsfunktionen und Funktionen kann man komponieren, ja, hintereinander ausführen. Das ist das Wesentliche, was mit Funktionen möglich ist. Und das geht auch bei Substitutionen. Für eine Substitution Sigma, die x1 mit t1 ersetzt und so weiter bis xn mit tn und eine andere Substitution Theta, die y1 mit s1 ersetzt und ym mit sm, also unterschiedlich viele Ersetzungen und eventuell auch bei unterschiedlichen Variablen vornimmt. Das kann natürlich sein, dass eines der y auch in den x schon vorkommt. Ich verwende hier nur verschiedene Symbole, um zu zeigen, dass das keine zwangsweise Beziehung gibt. Aber es kann natürlich schon sein, dass die sich irgendwie überlappen. Für solche Substitutionen schreiben wir die Komposition dieser beiden mit so einem Kringel. Das ist ganz allgemein so, wie man Funktionskompositionen in der Mathematik oft schreibt. Sigma gefolgt von Theta. Und wobei es in der Mathematik immer ein bisschen durcheinander gibt, in welcher Reihenfolge man das aufschreibt, wenn man eine bestimmte Art von Anwendung meint. Wir meinen, wenn wir es so rumschreiben, tatsächlich die hintereinander Ausführung, weil das Sigma zuerst kommt und Theta dann ist. Also eher wie die Relationskomposition in der Mathematik. Aber merken Sie sich einfach, wie es hier gemacht ist und definiert ist und lassen Sie sich nicht verwirren von den etwas inkonsistenten Arten, wie es in der Mathematik manchmal verwendet wird, das Zeichen. Okay, was meine ich also damit? Sigma gefolgt von Theta ist die Substitution, die zunächst einmal alle Variablen xi, also x1 bis xn ersetzt, durch ti mit der Substitution Theta darauf angewendet. Das heißt, wir machen erst die Ersetzung mit Sigma und da kommt also ein t1 zum Beispiel raus und dann wenden wir darauf nochmal Theta an. Und zusätzlich dazu, das schreibe ich hier so als Vereinigung, haben wir noch die Ersetzung bestimmter yi durch entsprechende Terme si für nämlich all jene y, die in den x noch nicht selbst vorgekommen sind. Also die y, die noch unverändert vorliegen, nachdem die hier von den x nicht beeinflusst werden, die werden dann nach si, nach ihrem entsprechenden Wert abgewählt. Das ist so, als würde man festlegen, dass für alle diese y-Sigma einfach nur yi wieder auf sich selbst abbildet und dann das hier tun. Dann hat man yi auf yi und wendet darauf Theta an, kommt si raus. Okay, also hintereinander Ausführungen, ganz einfach. Und das verhält sich natürlich auch so, wie man es sich erhofft und erwartet, für alle Termen oder Formeln A und Substitutionen Sigma und Theta gilt. A mit Sigma gefolgt von Theta ist gleich A gefolgt von Sigma gefolgt von Theta. Und wenn ich das jetzt so schreibe, für alle Formeln, dann denke ich mal, das stimmt wahrscheinlich gar nicht, denn das sollte nur für Formeln mit freien Variablen gelten. Das wird, wenn ich hier etwas in eine Bindung bringe, müsste man zumindest mal schauen, ob das tatsächlich funktioniert. Ich mache es erstmal nur für Terme, da ist es leicht. Also die Idee hier ist grundsätzlich, dass die Komposition, wenn man sie anwendet auf etwas, das gleiche Ergebnis liefert, als würde ich die Dinge nacheinander anwenden. Das ist hier die Essenz dieses Satzes. Das ist natürlich sehr einfach und geht im Prinzip aus dieser Definition mehr oder weniger direkt hervor. Aber gerade solche Dinge, die sehr direkt zu sehen sind, sind manchmal nicht so leicht zu beweisen, weil man nicht so richtig weiß, was man eigentlich zeigen soll. Ja, was soll ich denn hier, wie soll ich denn da rangehen? Was kann man da noch zeigen? Das sieht man, könnte man sagen, dass das eben das Richtige ergibt. Aber wie zeigt man es genau? Und da sehen wir wieder und erinnern uns, dass das eine Aussage ist, die über alle Terme sich handelt, von allen Termen handelt. Das heißt, wir haben ja viele Terme zu betrachten. Terme sind komplizierte strukturelle Objekte, die also auch geschachtelt sein können, wenn wir Funktionssymbole haben. Und es ist also notwendig, dass wir für alle diese Terme argumentieren. Und in so einer Situation verwenden wir natürlich unser liebstes Werkzeug für derartige Beweise und das ist die strukturelle Induktion. Das war also die Technik, bei der wir einen Beweis konstruieren, indem wir vom Kleinen zum Großen gehen. Erst zeigen wir es für die kleinsten denkbaren Terme und dann zeigen wir, dass es, wenn das gelten sollte für die kleineren Terme, dass man dann aus den kleineren noch größere bauen kann und dass es für die weiterhin geht. Und das funktioniert ziemlich einfach. Ich mache es hier eben, wie gesagt, für Terme. Der Induktionsanfang sagt, der Satz gilt für Konstanten, also für Fälle, wo der Ausdruck A eine Konstante ist und auch für Variablen, wo der Ausdruck A eine Variable ist, per Definition. Warum ist das so? Naja, Konstanten werden überhaupt nicht verändert. Also das heißt, da ist es völlig egal, was wir darauf anwenden. Es wird auf jeden Fall am Ende die Konstante herauskommen, also das gilt. Und für Variablen ist es so, da kann man sich jetzt überlegen, wenn die Variable in den Xi vorkommt, dann wird nach der ersten Anwendung hier der Term Ti eingesetzt werden und dann anschließend Theta darauf angewendet. Und das ist ja genau das, was auch per Definition hier passiert. Und wenn das eine Variable ist, die nicht in den Xi vorkommt, aber in den Xi, dann wird sie nicht verändert durch Sigma, aber Theta wird dann sie ersetzen durch Si. Das ist das, was hier steht. Und wenn es eine Variable ist, die weder von Sigma noch von Theta beeinflusst wird, dann wird sie einfach unverändert zu stehen bleiben. Und auch das würde die Gleichheit sicherstellen. Also Induktionsanfang funktioniert. Und jetzt wollen wir einen Induktionsschritt durchführen. Der ist ziemlich einfach bei den Termen, weil es gibt nur eine Art, wie man aus kleinen Termen größere zusammenbauen kann, nämlich indem man ein Funktionszeichen außen herum setzt. Und dazu braucht man eine Reihe von Argumenten. Ich nehme mal an, ich habe solche t1 bis tl. Ich nehme hier mal ein l, weil wir hier n und m schon benutzt haben. Also sage ich mal l. Und ich nehme mal an, dass der Satz schon für diese Terme gilt. Vielleicht sind es Konstanten, vielleicht sind es Variablen, vielleicht ist es was, wofür wir rekursiv den Beweis schon haben. Diese Terme nehmen wir. Und jetzt wollen wir zeigen, dass dann die Eigenschaft auch für einen Funktionsterm, der darauf definiert ist, noch erhalten bleibt. Also wir betrachten jetzt f von t1 bis tl und wollen zeigen, dass diese Gleichheit gilt für diese Form von a. Also a ist jetzt f von t1 bis tl und wir wenden mal Sigma komponiert mit Theta darauf an. Dann können wir sehen, dass, wenn wir das tun, natürlich, dass das Ergebnis genau das gleiche ist, ist, als würden wir Sigma komponiert mit Theta auf jedes einzelne Argument anwenden. Mit f macht das nichts, ja, per Definition. f bleibt f, nur die Variablen können geändert werden und die müssen ja irgendwie in den t1 bis tl stehen. Also wir wenden jetzt die Substitution einfach auf alle Argumente, auf alle Parameter dieser Funktion an. Jetzt wissen wir aber laut Induktionshypothese, dass für diese Terme die Eigenschaft schon erfüllt ist. Das heißt, wir dürfen diese Ausdrücke ersetzen durch diese hier. t1 mit Sigma darauf angewendet, gefolgt von Theta an allen Stellen. Und das ist jetzt nichts weiter als das, was man erhält, wenn man auf den gesamten Term f von t1 bis tl erst Sigma anwendet und dann Theta. Machen wir die Auflösung hier, die wir am Anfang gemacht haben, wieder rückgängig. Okay. Gut. Das ist genau das, was wir hier tun können. Jetzt hatte ich schon gesagt, für Formeln gilt das analog, aber nicht ganz. Also was hier steht, stimmt eigentlich nicht vollständig, ja, sondern es gilt für Formeln, in denen, sagen wir mal, nur freie Variablen vorkommen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, den Satz zu retten. Dann ist es ganz analog, dann hat man nur mehr Fälle im Induktionsschritt, weil man bei Formeln verschiedene Operationen verwenden kann, um größere Formeln zu konstruieren. Wenn man Quantoren hat, wird es ein bisschen knifflig, weil das Problem ist, dass diese, also wo geht das schief? Ich erkläre es Ihnen mal kurz dann, wenn ich hier diese beiden, diese Kompositionen anwende, dann ersetzt die direkt jede Variable mit dem Endergebnis, was man erhält, wenn man das ersetzt, nochmal mit Theta ersetzt. Das heißt, insbesondere tun wir so, als wäre das, was hier eingesetzt worden ist, weiterhin frei. Wenn ich aber erst in einem Schritt mit Sigma arbeite und etwas ersetze, dann könnte es mir passieren, wenn ich Pech habe, dass ein Xi hier vielleicht ersetzt wird durch eine Variable, die plötzlich gebunden ist an der Stelle, wo sie eingesetzt wurde. Und diese gebundene Variable, wenn ich jetzt Theta darauf anwende, würde nicht mehr verändert werden. Das heißt, es würde eben nicht das passieren, was hier steht, sondern sie würde so bleiben, wie sie war. Das wäre also eine Ausnahme, die wir hier mal außer Acht lassen wollen. Aber im Prinzip, was uns der Satz geben soll, ist trotzdem hier ausreichend korrekt. Also wenn Sie das verstanden haben, was ich gerade erzählt habe, dann sind Sie da auf der sicheren Seite, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass jetzt irgendwelche Randfälle hier nicht gelten. Sondern was wirklich hier gesagt werden soll, ist, dass in der Regel und in allen Fällen, die wir betrachten werden, mit den Klauseln, mit denen wir arbeiten, man die Komposition einfach als hintereinander Ausführung verstehen darf. Okay, gut. Das war also das, was man so allgemein zu Substitutionen sagt. Und ich hatte gesagt, was wir jetzt mit denen tun wollen, ist ja, wir wollen unifizieren. Das heißt, wir wollen mehrere Therme und letztlich auch Atome gleich machen, damit wir Resolutionen anwenden dürfen. Und in dieser Richtung will ich Ihnen noch das Problem zumindest vorstellen, was wir dafür lösen müssen. Das ist nämlich ein sogenanntes Unifikationsproblem. Ein Unifikationsproblem ist einfach nur eine endliche Menge von Gleichungen. Ich schreibe hier als G und die Menge sieht so aus, sie enthält Gleichungen S1 ist gleich mit Punkt darüber T1 bis Sn ist gleich mit Punkt darüber T1. Ich schreibe hier so einen kleinen Punkt über mein Gleichheitszeichen, weil ich das nicht mit dieser Gleichheit hier verwechseln will. Also die G ist gleich diese Menge. Das ist sozusagen ein Ausdruck, der auf der Meta-Ebene meines Vortrags sich hier befindet. Ich führe zwei Symbole ein, G oder spreche über zwei mathematische Dinge, das G und diese Menge und ich setze die beiden gleich. So verwende ich die Gleichheit. Aber das eine mathematische Ding enthält innerlich mehrere Gleichungen. Und das ist aber nicht die Gleichheit, die was gleichsetzt, sondern das sind einfach syntaktische Ausdrücke. So sieht dieses Unifikationsproblem eben aus. Es hat Ausdrücke dieser Form mit so einem Gleichheitszeichen und deshalb mache ich hier einen kleinen Punkt drüber, um das auseinanderzuhalten. Wenn Sie sich mal in einer Online-Prüfung wiederfinden sollten zum Beispiel und auf Ihrer Dastatur gibt es kein Gleichheitszeichen mit Punkt darüber, dann finden wir da Wege, um das auch einfacher darzustellen. Sie kennen das Spiel ja schon. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja auch irgendwann wieder Präsenzprüfungen dieses Videos. Das ist 2021, lieber zukünftiger Betrachter. Du weißt, ob dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist oder nicht. Okay, Unifikationsprobleme. Wir haben also Unifikationsprobleme einfach als eine Menge von Gleichungen dargestellt. Und die Idee ist natürlich, dass wir irgendwie versuchen müssen, die linken und die rechten Seiten jeweils gleich zu machen durch Ersetzung von Variablen durch Substitutionen. Und das ist das, was hier ausgedrückt wird. Eine Substitution Sigma ist ein Unifikator für so ein Unifikationsproblem G, was so aussieht, falls es sich herausstellen sollte, dass die linke und die rechte Seite jeweils gleich wird, wenn man auf beide die Substitution Sigma anwendet. Und zwar für alle Gleichungen. Und hier sehen Sie wieder, hier habe ich wieder die richtige Gleichheit. Das ist also eine Forderung, die ich hier an die mathematische, an diese Dinge stelle, an die Identität dieser mathematischen Ideen oder Ausdrücke. Das ist keine Syntax. Okay, eine feine Nuance. Okay, also Unifikationsprobleme. Wir zeigen mal ein paar Beispiele. Das ist ein ganz einfaches Unifikationsproblem. Es verlangt, dass f von x gleich sein soll mit f von Sokrates. Und Sie sehen, wie man das unifizieren kann. Man müsste nur das x durch Sokrates ersetzen. Das heißt, das hat einen Unifikator. x geht nach Sokrates. Gut. Zweites Beispiel. Unifikationsprobleme mit zwei Gleichungen. x gleich f von y und y gleich g von z. Auch das hat einen Unifikator, der nämlich, vielleicht sollte man hier von hinten anfangen mit lesen, der natürlich das y mit g von z ersetzt. Dann sind diese beiden Seiten gleich. Aber wenn wir das tun, dann ersetzen wir auch das y, was hier vorne steht. Also es steht dann x gleich f von g von z. Das heißt, wir müssen x mit f von g von z ersetzen, damit das auch gleich wird. Das ist also auch ein Unifikator für dieses Problem. Das ist aber nicht der einzige Unifikator für dieses Problem, wie sich herausstellt. Wir könnten zum Beispiel auch, statt das z hier stehen zu haben, eine konstante a einsetzen und das z noch mal durch a ersetzen. Also ich ersetze das z, wie es hier vorkommt, und ich setze dann an dieser Stelle und an dieser und auch an dieser letztlich überall gleich die Variante mit dem a anstatt dem z. Und das geht natürlich nicht nur mit a, das geht auch mit b. Oder hier in dem Fall, wenn ich mal genau hinschaue, mit f von b. Okay, also haben wir noch einen komplizierteren Term eingesetzt. Und Sie ahnen schon, wenn wir uns diese verschiedenen Unifikatoren hier anschauen, einige sind besser als andere. Also das hier sieht irgendwie unnötig kompliziert aus und das eigentlich auch schon. Der hier dagegen sieht ganz gut aus eigentlich. Also wenig Arbeit machen ist besser als viel Arbeit machen. Da müssen wir gleich noch mal erklären, was das bedeutet und wie man das erkennen kann formal, also durch das Bauchgefühl. Noch ein Unifikationsproblem. f von x ist gleich g von x. Was machen wir damit? Naja, da können wir jetzt x durch viele Dinge ersetzen, aber die beiden Seiten werden sicherlich nicht gleich werden. Das heißt, das ist ein Beispiel für einen Fall, in dem ein Unifikationsproblem keinen Unifikator hat. Kann man nicht machen. Egal, was man für x einsetzt. Und zu guter Letzt noch eins. x ist gleich f von x. Auch hier kann man sich überlegen, wodurch darf ich x ersetzen, sodass beide Seiten gleich sind. Naja, am besten ich ersetze es durch f von x, aber wenn das x durch f von x ersetzt wird, dann wäre das ja f von f von x. Und ja, also das hat auch keinen Unifikator. Man könnte sich tatsächlich überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Algebra zu benutzen, in der das ein Unifikator hat. Ja, also eine unendliche Kette von f würde ja, wenn man sie auf beiden Seiten einsetzt, den gleichen Ausdruck erzeugen. Aber wir haben natürlich keine unendlichen Ketten. Unsere Terme sind schön endlich. Und dementsprechend gibt es keine Lösung, die man hier finden könnte. Prolog, die alte Logikprogrammiersprache aus den 80ern, hatte dieses Problem oder in populären Implementierungen, dass es x gleich f von x unifizieren konnte, mit einer unendlichen Kette von fs und dabei nicht mehr abgestürzt ist, aber hat zu falschen Ergebnissen geführt. War angeblich schneller, das falsch zu machen, aber ich glaube, so richtig überzeugt ist man da heute nicht mehr. Ich glaube, die modernen Prolog-Implementierungen können das auch. Okay, Unifikationsprobleme. Und zu guter Letzt, ich wollte noch Ihnen sagen, man kann bessere und schlechtere Unifikatoren haben und das möchte ich noch ein bisschen formalisieren. Und dann bin ich mit diesem Video fertig. Man kann Unifikatoren miteinander vergleichen, nämlich. Und das hatten wir an diesem Problem hier gesehen. Das hatte viele Unifikatoren, dieses Problem. Also man kann leicht sehen, es sind unendlich viele. Man kann sich alles Mögliche für z einsetzen und es wird immer noch funktionieren. Und die Frage ist jetzt natürlich, gibt es darunter einen besten Unifikator, der uns am besten gefällt. Und um das zu bestimmen, definiere ich, wann eine Substitution Sigma allgemeiner ist als eine andere Substitution Theta. Das schreibe ich so auf. Sigma mit so einem geschwungenen kleiner gleich Theta. Und sage, das soll dann der Fall sein, wenn es eine Substitution Lambda gibt, sodass Sigma gefolgt von Lambda gleich Theta ist. Das heißt also, man kann Sigma durch zusätzliche Anwendung von Lambda soweit spezifizieren, dass Theta herauskommt. Umgekehrt vielleicht nicht. Und das wäre also, dass Sigma mindestens so allgemein ist wie Theta. Deshalb hier ein kleiner Gleich. Der allgemeinste Unifikator für ein Unifikationsproblem G ist jetzt ein Unifikator Sigma, also eine Substitution, die das Problem löst, sodass gilt, Sigma ist kleiner gleich Theta für alle anderen Unifikatoren Theta für G. Also alle Lösungen für das Problem können von Sigma aus erreicht werden, indem man noch weitere zusätzliche Ersetzungen in Lambda hervornimmt. Dann haben wir einen allgemeinsten Unifikator. Man findet das in der Literatur auch oft in der englischen Bezeichnung des Most General Unifiers oder MGU abgekürzt. Das ist der allgemeinste Unifikator. Okay, hier haben wir noch ein Beispiel. Das Unifikationsproblem ist wie oben. x gleich f von x, y und y gleich g von z. Dann haben wir diese Substitution, die x nach f von g von z und y nach g von z abbildet, als einen allgemeinsten Unifikator. Dagegen ist die andere Substitution Theta, die ich angezeigt hatte, wo man x durch f von g von f von b ersetzt und y durch g von f von b und z durch f von b, ist zwar ein Unifikator, aber kein allgemeinster. Denn wenn ich σ habe und danach noch z durch f von b ersetze, dann erhalte ich diesen anderen Unifikator. Das heißt, der ist weniger allgemein. In dem Fall echt weniger allgemein. Also ich komme nicht wieder zurück. Es gibt auch Fälle, in denen kann ich hin und her übersetzen. Das kann man auch sehen. Da werden wir auch noch Beispiele dafür sehen. Okay, das soll es für jetzt gewesen sein. Wir haben gelernt, was Substitutionen sind. Wir haben gelernt, was Unifikation ist. Und wir haben auch motiviert, warum wir das überhaupt machen wollen. Und was natürlich noch fehlt, ist die Frage zu klären, wie kann man jetzt algorithmisch wirklich Dinge unifizieren? Wie lösen wir solche Unifikationsprobleme? Und wie finden wir dann hoffentlich auch den allgemeinsten Unifikator? Geht denn das überhaupt immer? Oder gibt es Fälle, in denen es keinen allgemeinsten gibt? Das soll im nächsten Video beantwortet werden. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.